und herzlich willkommen zu meinem ersten video ich glaube ich die qualität am besten und ich bin lara und das ist mein namenslöser war lach und ja wir werden heute ein bisschen gelände reiten also ja also dort drüben nur dort kann man schon eine hürde glaube ich sehen und dann würde ich sagen gehen jetzt dorthin und ja bisschen warm reiten leute und ich 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 Leute, das war es auch schon mit meinem kleinen FMA. Und dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ja, auch ein Abo. Da sehen wir uns das nächste Mal. Ciao. Leute, das war das Mini-FMA. Und wie ihr wahrscheinlich jetzt in dem FMA halt gemerkt habt, habe ich was Neues. Und zwar dieses Set hier. Habe ich mir eben am Mittwoch gekauft. Ja, Mittwoch. Aber ich habe ihm jetzt hier wieder die Satteldecke abgeschnitten. Also diese von dem braunen Sattel, diese ganz, ganz dünne hier. Und eben meine eigene dran gemacht. Wieder hier so Bandagen für ihn gemacht. Und hier oben eben. Und heute stellt meine Kamera irgendwie nicht scharf. Ach, jetzt. Die stellt immer noch nicht scharf. Hat heute, ach, jetzt. Kein Bock. So. Genau. Und sie heißt bei mir jetzt eben Lara. Wie ist da denn? 288. Also, ich kann mir irgendwie vor, sie ähnelt jetzt. Okay, jetzt nicht so mega, aber ich dachte, das ist ein schöner Name. Und dann passt er auch. Aber für ihn habe ich noch keinen Namen. Im Geschäft wusste ich für ihn in der Halle noch, als wir irgendwo gucken waren. Noch so. Und ja, das ist ein bisschen blöd, wenn ich den Namen wieder vergessen habe. Aber es ist nicht so schlimm. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschau.